Hallo zu Wo was los ist. Nächste Woche steht schon wieder ein langes Wochenende vor der Tür, denn da ist nämlich Pfingsten und traditionell findet da das Pfingst Open Air in Seiching statt. Was erwartet uns denn dieses Mal? Hallo, am Pfingst Open Air erwartet uns dieses Mal drei Tage volle Party, sieben Bühnen, über 100 Acts, ungefähr 30, 35 DJs, der Rest lauter Live Acts von Elektro über Rock bis hin zu Hip-Hop und Ska. Hauptacts sind zum Beispiel KIZ oder MC50, Bonaparte, Jupiter Jones oder Mighty Oaks und wir freuen uns sehr. Was ansonsten an diesem Wochenende noch los ist, sehen Sie jetzt. In der Gemeinde Perkamm wird am Wochenende das 145-jährige Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert. Mit dabei sind unter anderem die Denglinge, Buam und die Karsplattenrocker. Für alle Filmfans gibt es in Neuschönau eine abwechslungsreiche Alternative zum Kino. Bei den Naturvision Filmtagen Bayerischer Wald können Sie aktuelle Kurzfilme zur Natur, Tieren, Umwelt und Heimat sehen. Wer sich lieber sportlich betätigen möchte, kann am Sonntag beim Herzoglauf in Straubing mitmachen. Bis Samstag können Sie sich noch im Theater am Hagen anmelden. Ich habe für Sie es was dabei gewesen. Übrigens, für das Pfingst Open Air verschenken wir noch einmal zwei Karten. Um die zu gewinnen, müssen Sie bloß unsere Hotline anrufen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und ein schönes Wochenende.